Herzlich Willkommen zum Liecare-Podcast, dem Podcast zu digitaler Transformation, Legal Tech und Unternehmertum. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Liecare-Podcast. Wir sind heute bei uns um die Ecke in Hamburg, in der Nähe vom Damp-Tor, bei von Hawe Faye, und zwar bei Harro von Hawe. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen, Sui. Ja, wir kennen uns schon ja unser Leben lang, deshalb ist es eine Riesenfreude für mich, heute dich interviewen zu dürfen für unseren Liecare-Podcast. Und wir haben ein paar Themen mitgebracht für heute. Erstmal natürlich die Frage, was macht von Hawe Faye und was hat es mit den vier Oscars auf sich? Wie steht ihr da im Zusammenhang? Und dann natürlich du vor allen Dingen als jahrelanger oder lebenslanger Wegbegleiter von Liecare, ursprünglich MCT und Fantasy, mit meinem Vater, wollen wir natürlich auch hören, wie es damals war und wie das alles zustande gekommen sind. Aber erstmal würde ich sagen, starten wir mit dir. Harro, magst du einmal von Hawe Faye vorstellen und was ihr Spannendes macht? Ja, das ist ja gut, dass Sie die Themen ein bisschen aufsplitten. Es sind ja eine ganze Menge Themen, die aber auch alle miteinander verknüpft sind natürlich. Von Hawe Faye ist eine Medienrechtskanzlei mit dem Fokus auf die Vertretung von Talent, nennen wir das, in unserer Branche. Das Talent wird oft verkürzt gesehen als möglicherweise nur Leute, die vor der Kamera zu sehen sind, aber für uns ist damit ein sehr weiter Begriff verbunden. Darunter verstehen wir einerseits die Produzenten, die an einem Film beteiligt sind, andererseits aber auch alle anderen Filmschaffenden, bis hin eben zu den Darstellern und Regisseuren im Bereich Film und TV, der bei uns einen wesentlichen Schwerpunkt bildet. Und der wird ergänzt durch eine sehr, sehr starke Presserechtsabteilung, also spezialisierte Kollegen, die Persönlichkeiten vertreten, die eben Persönlichkeitsrechtsverletzungen erfahren mussten. Und darüber hinaus, und dort kommen beide Bereiche eben wieder sehr, sehr gut zusammen, erstellen wir sehr umfangreiche Gutachten für Persönlichkeitsrechte im Film, wenn eben tatsächliche Geschehnisse verfilmt werden oder eben Dokumentationen erstellt werden, muss das vorher rechtlich ausführlich geprüft werden und das tun wir. Wahnsinn, das klingt sehr umfangreich, aber auch sehr spannend. Du bist ja da nochmal live dabei, wenn es darum geht, dass bald mal ein neuer Film gefilmt wird. Aber bevor er gefilmt wird, da muss ja auch schon einiges im Vorfeld passieren. Wie kann man sich das vorstellen? Die Filmschaffenden hören das nicht sehr, sehr gerne, aber ich habe die Formel geprägt. Für uns ist der Film das sichtbare Ergebnis einer Vielzahl von Leistungsbeziehungen. Für Juristen ist das ein gängiger Begriff und eure Zuhörer sind ja wahrscheinlich hauptsächlich Juristen. Also eine Vielzahl von Leistungsbeziehungen von A zu B, deren sichtbares Ergebnis dann der Film ist. Warum sage ich das so? Man kann sich das in etwa vorstellen, wenn man sich einen Abspann anschaut, wie wahnsinnig viele Menschen an einem Filmwerk beteiligt sind. Und da sind drei Ebenen zu unterscheiden. Es gibt einmal die Finanzierung. Das ist eine Ebene, die sehr, sehr komplex ist. Auf der anderen Ebene gibt es die rein rechtlichen Fragen, also Erwerb von Rechten, Erwerb von Rechten an vorbestehenden Werken, also Romanen oder Novellen oder was auch immer. Und drittens dann natürlich die Ebene der physischen Filmherstellung, an der sehr, sehr viele Menschen beteiligt sind. Diese drei Ebenen greifen ineinander und allen diesen Ebenen liegen eben Leistungsbeziehungen zugrunde. Das kann man sich ja in etwa vorstellen, vom Produzenten zum Darsteller, vom Produzenten zum Verleih und vom Produzenten zum Rechteinhaber, um nur einige wenige zu nennen. Und die alle müssen miteinander verzahnt werden und das ist unser Job. Wahnsinn. Also das heißt vermutlich auch viele, viele, viele Verträge, die da zustande kommen. Es gibt da eine Faustformel, bei einer klassischen, frei finanzierten europäischen Kinoproduktion gehen wir von etwa 120 Verträgen alleine auf der Finanzierungsebene aus. Und dazu käme dann eben der gesamte Stab und die gesamte Besetzung. Also alles in allem sind das hunderte von Verträgen, aber alleine die komplexen Verträge, das ist eigentlich der komplexeste Bereich, auf der Finanzierungsebene muss man sich vorstellen, sind etwa 120 Verträge, die aufeinander abgestimmt werden müssen und die natürlich am Ende auch synchronisiert werden müssen. Wahnsinn. Gott sei Dank habt ihr eine gute Software, in der ihr diese Dinge organisieren könnt, welche das wohl ist. Ja, Wahnsinn. Du arbeitest ja auch seit ganz langer Zeit schon mit sehr bekannten Produzenten und Schauspielern zusammen. Kannst du da vielleicht ein paar nennen, die man so kennen könnte? Ja, an sich sind wir natürlich zu höchster Diskretion verpflichtet. Das bringt unser Beruf mit sich, das ist ja ganz klar. Aber bekannt ist ja, dass wir eben um mit den vier Oscars anzufangen, die du vorhin erwähnt hast, Edward Berger, Eddie Berger ist der Regisseur des Films und Malte Grunert der Produzent. In dem Fall haben wir beide vertreten. Malte vertrete ich seit 35 Jahren bei seinen Filmprojekten und bin natürlich stolz, dass wir nicht unwesentlich zu diesem Film beigetragen haben, indem wir zunächst mal den Rechteerwerb organisiert haben an dem Roman im Westen nichts Neues und der gesamten Rechteklärung, die damit zusammenhängt und dann eben die Entfernung mit Netflix. Das war eine lange Reise und wir sind sehr glücklich und gratulieren dem Produzenten natürlich, dass er diesen großen Erfolg erzielt hat. Ja, Wahnsinn. Wie kann man sich jetzt konkret, hake ich einen, bevor wir über andere reden, sich das vorstellen, wenn man mit so einem sehr, sehr großen und weltbekannten Unternehmen wie Netflix Verträge schließt. Das ist ja auch irre. Ich habe das auch, war ganz fasziniert. Ich bin großer Netflix-Viewer und habe dann gemerkt, Mensch, der läuft ja hier und gar nicht so, also auch im Kino, aber gar nicht so lange, gell? Also das ist schon eine neue Welt auch, dass die Filme teilweise vollumfänglich auf so Streaming-Plattformen dann laufen. Ja, natürlich. Die Streamer haben den Markt ganz, ganz stark verändert. Ich glaube, für uns als Deutsche und als deutscher Markt ist der wesentliche Punkt, dass eben die deutschen Produktionen jetzt weltweit gesehen werden, ohne dass man eben über ein großes Hollywood-Studio gehen muss. Die deutsche Serie, die in Deutschland produziert und für Netflix Deutschland gemacht wird, ist genauso weltweit zu sehen, wie eine Serie, die in Korea oder in Amerika hergestellt wird. Und das war sicherlich ein riesen Game-Changer. Wir sagen immer, Netflix hat eigentlich die Formel geprägt, Global Shows for Local Prices. Ich glaube, das ist ein Teil des Erfolgsgeheimnisses. Die lassen eben im Verhältnis zu US-Studios, die für den internationalen Markt immer sehr teuer produzieren, internationalisieren, zu lokalen Preisen dann eben auch machen. Und auch das hat insgesamt den Markt verändert. Wahnsinn. Aber ja, nochmal zurück zum Oscar. Ja. Wie läuft das denn konkret ab? Ihr habt im Vorfeld dann die verschiedenen Rechte erworben. Und jetzt einmal vielleicht die ganze sozusagen Value-Chain vom Vertragsschluss. Wie geht das dann weiter, so ein Film, bis man bei der Oscar-Verleihung endet? Also ich glaube, wir haben jetzt hier nicht ja nur Filmexperten dabei, sondern wie kann man sich so das Ganze vorstellen, wo vielleicht du auch gar nicht mehr so stark dann am Ende daran beteiligt bist. Aber du kriegst es ja mit. Naja, der letzte Punkt ist absolut richtig. Wir sind ja raus normalerweise bei einem Filmprojekt in dem Moment, wo der Film angefangen wird zu drehen. Also wenn die erste Klappe fällt, müsste unser Job eigentlich erledigt sein. Dann müssten ja alle Rechte erworben und alle Rechte geklärt sein und die gesamte Struktur stehen. Also das heißt, in der Tat hat der Produzent meistens, wenn der Film dann seine Premiere hat, uns längst vergessen und unseren Job. Und wir können froh sein, wenn wir da noch ein Ticket bekommen. Aber das ist eben part of the job. Wir sind am Anfang, glaube ich, spielen wir eine sehr wichtige Rolle und haben sehr viel dazu beizutragen, dass ein Film sauber aufgesetzt wird. Und wenn wir später nochmal ins Spiel kommen, dann meistens, weil es irgendeinen Ärger gibt, weil es einen Schadensfall gibt oder weil Rechte eben nicht geklärt sind oder weil hinterher eben nochmal Themen hochkommen, die eigentlich hätten vorher geklärt werden müssen. Also das ist das eine. Ja, wie kommt es zu dem Film? Ganz klar, in dem Fall Rechte erwerbt. Das heißt, irgendeiner hat die Idee, dieser Film oder diese Novelle müsste nochmal verfilmt werden. Das ist ja gar nicht so auf der Hand liegend, auch heute nochmal im Westen das Neue. Der spielt ja im Ersten Weltkrieg, also zwischen 1914 und 1918, also die Idee alleine erstmal zu haben und dass es dann auch noch eben in die Zeit passt, was damals noch nicht abzusehen war und was ja auch eigentlich nicht wünschenswert war. Aber dass dann der Krieg ausbrach in der Ukraine, das hat sicherlich zu der Rezeption des Films beigetragen. Oft sind diese Verhandlungen gar nicht unkomplex. Die Rechte liegen irgendwo bei älteren Werken, sehr oft bei amerikanischen Universitäten, die die Rechte dann von den Autoren übertragen bekommen haben. Und das sind keine ganz einfachen Verhandlungen. Und dann wird der Produzent wahrscheinlich in der Regel immer versuchen, einen Film erstmal frei zu finanzieren, weil er dann sehr viel mehr davon hat. Und so war es hier auch. Wir hatten den Film schon mit sehr, sehr vielen Parteien verhandelt und einen Teil einer freien Finanzierung schon auf die Beine gestellt. Und dann kam eben Netflix mit einem sehr anständigen Angebot. Und der Produzent hat sich entschieden, das dann mit Netflix zu machen, die ja dann im Prinzip die Gesamtfinanzierung übernehmen und im Prinzip auch Auftraggeber werden. Also man verändert eigentlich das Verhältnis. Der Produzent, der bis dahin das Projekt getragen hat, wird dann Auftragnehmer gegenüber Netflix. Und das verändert natürlich ein bisschen die Verhandlungssituation. Aber wir haben dann eben diesen Netflix-Vertrag vollständig verhandelt. Und der war für uns auch nicht mehr ganz neu, weil wir eben aufgrund der neuen Entwicklung viele Verträge schon mit Netflix verhandeln konnten. Also die Netflix-Welt ist uns mittlerweile sehr, sehr, sehr bekannt. Ja, wahnsinnig spannend. Und sobald das dann abgeschlossen ist, geht es dann in die tatsächliche Produktion, ins Film? Ja, also da geht es in die physische Produktion ganz genau. Der Produzent, auch die Stellung des Produzenten ändert sich dann. Er hat meistens einen durchführenden Produzenten, einen Line-Producer vor Ort, der das Ganze dann physisch handelt. Er selber steuert die wesentlichen Departments und hat den gesamten Überblick. In dem Fall ist der Film in Tschechien ja gedreht worden, mit einem tschechischen Line-Producer. Und im Übrigen fürs Kino. Der Film ist ja erst mal im Kino rausgekommen. Er qualifiziert als Kinofilm, sonst wäre er auch bei den Oscars nicht sichtbar gewesen. Und er qualifiziert als rein deutscher Film, auch wenn er in Tschechien gedreht wurde. Also es ist ein deutscher Kinofilm daraus geworden, den ich auch das erste Mal im Kino auf der großen Leinwand gesehen habe und wie alle anderen auch sehr überwältigt und sehr überzeugt war, dass das ein sehr guter Film ist. In der Tat, das kann ich noch bestätigen. Ja, irre. Ja, und dann ist der Dreh abgeschlossen, dann kommt er in die Kinos und dann hat man also den plötzlich bei den Oscars wieder gefunden. Ja, in dem Fall natürlich, genau, gab es einen langen Vorlauf. Man wird dann irgendwann von dem Nationalen Filmverband nominiert als der nationale Oscar-Kandidat, in dem Fall der Deutsche. Damit geht es schon mal los. Das ist ja dann die erste Hürde. Dann gibt es eine Longlist, wenn man das überstanden hat, ist man auf der Shortlist und dann wird die Wahrscheinlichkeit schon deutlich größer, da auch wirklich auf dem Podium zu stehen. Und dann beginnen eben irrsinnige Kampagnen. Also das heißt für den Produzenten ein sehr stressiger Job in Amerika und auch in Europa, Veranstaltungen mit wesentlichen Entscheidungsträgern dann durchzuführen und von dem Film zu überzeugen. Also das ist quasi eine Marketing-Tour, die man da durchlaufen muss. Und auch das Studio, also in dem Fall Netflix, trommelt dann natürlich erheblich für den Film. Also ich glaube für die Produzenten und für die Filmschaffenden war das ein sehr aufregender und toller Prozess, der mit einem Riesenerfolg endete. Ja nicht nur Oscars, auch die Barfas haben sie ja auch sehr, sehr viele abgeräumt und auch den Deutschen Filmpreis in Bronze. Also sie haben ja nicht nur den Oscar, sondern eben überall sehr, sehr viele Preise bekommen. Absolut. Ich würde sagen, ganz großartig für den deutschen Standort, für die deutsche Filmindustrie, oder? Ja, also das kann man hoffen, nur nach dem Film ist vor dem Film. Das ist eben auch kein Garant, dass jetzt der nächste Oscar-Kandidat kommt. Allerdings glaube ich sehr an das Team. Malte Grunert und Eddie Berger sind ein hervorragender Produzent und ein hervorragender Regisseur, denen ich noch eine ganze Menge zutraue. Auch weitere Preise natürlich ganz klar. Ja, wir sind schon gespannt. Das darfst du wahrscheinlich nicht mehr sagen jetzt hier heute, aber ist okay. Magst du noch ein bisschen erzählen, mit welchen anderen bekannten Regisseuren oder Schauspielern du in den vergangenen Jahren zusammenarbeiten konntest oder was vielleicht auch langjährige Weggefährten von dir sind? Also da würde ich tatsächlich an erster Stelle Fatih Akin nennen, den ich sehr lange begleitet habe und der in dieser Zeit auch große Filmerfolge feiern konnte. Aus dem Nichts zum Beispiel mit Diane Krüger in The Fate hat die Goldene Palme und den Golden Globe bekommen. Er hat jetzt im letzten Jahr released Rheingold. Das ist ein klassischer deutscher, independent finanzierter Spielfilm mit einem für deutsche Verhältnisse sehr hohen Budget, der zum Beispiel über 16 verschiedene Finanzierungsquellen verfügt und nicht nur aus Deutschland, sondern Italien, Frankreich und Holland. Das heißt, das ist dann auch eben supranationales Recht und die müssen eben alle, wie gesagt, verhandelt und aufeinander abgestimmt werden. Also insofern, das ist eine schöne Herausforderung. Das sind eigentlich Projekte, die wir lieben, weil sie schön komplex sind. Da muss man eben auch bilaterale Regelungen berücksichtigen und jeweils nationale Rechtsstatuten. Also das ist schon eine sehr spezielle Aufgabe, die aber sehr viel Spaß macht. Auf jeden Fall. Gigantisch. Ja, ich bin mir sicher, viele andere von deinen Mandanten und Mandantinnen kennen unsere Zuhörer auch. Also es sind tolle Projekte dabei. Ich habe mal auch natürlich recherchiert. Ja, du warst an Produktionen beteiligt, wie zum Beispiel ein Hologramm für den König mit Tom Hengst. Ja, ich meine, wow. Aber auch der Spionage-Thriller A Most Wanted Man, den fand ich persönlich auch richtig gut. Und natürlich, wie gerade schon gesagt, Soul Kitchen etc. Also noch wichtiger, glaube ich, im Moment sind die aktuellen Netflix-Produktionen wie Unorthodox, Clio und Rohwetter. Also aktuelle, sehr erfolgreiche Netflix-Produktionen, die nicht diesen klassischen, also man sieht, es teilt sich einmal in klassischen Spielfilmen. Das sind die, die du benannt hast. Und dazugekommen ist jetzt eben durch die Marktentwicklung seit einigen Jahren eben dieses starke Streamer-Geschäft. Und da haben wir auch an wirklich großen Erfolgen mitgewirkt. Ja, man merkt auch als Konsument, glaube ich, wie sich das Konsumentenverhalten extrem auch verändert hat. Ja, und immer wieder der neue Durst nach Neuem. Ja, also ich glaube, wir warten alle sehnsüchtig auf viele neue Serien und aber auch Filme. Ich glaube, da kann man wirklich auch als Konsument unterscheiden, sag ich mal, im Zuschauererlebnis, was das alles mit sich bringt. Ja, großartig. Vielen Dank erstmals für diesen spannenden Einblick. Ich habe natürlich, wie vorhin schon angekündigt, aber auch noch eine ganz persönliche Frage an dich. Du bist ja ein uralter Freund von meinem Vater, der ja unsere Firma Lieker in den 80ern schon gegründet hat, damals unter dem Namen MCT, das Mikrocomputer-Team. Und in den 90ern hatten wir dann eine Software, also MCT hat damals die erste Kanzleilösung in Deutschland überhaupt entwickelt. Damals noch auf DOS, ja, das sagt unseren Zuhörern vielen wahrscheinlich nichts. Das ist auch okay, weil dann in den 90ern ging es weiter mit Fantasy. Das war die erste Windows-Kanzleilösung in Deutschland. Und ja, magst du uns einen kleinen Einblick geben, wie das damals so für dich war? Du hast ja meinen Vater, wie gesagt, immer live miterlebt und plötzlich, du warst ja schon Jurist etc. Und er fing dann an mit so Software in den 80ern. Also wie war das so? Ja, Volker war immer außerordentlich innovativ, auch vorher schon. Er hat die erste Mitfahrzentrale, kommerzielle Mitfahrzentrale gegründet. Er hat, weil er leidenschaftlicher Segler war, ein Seglermagazin in die Welt gerufen. Er war außerordentlich neugierig, was neue technische Entwicklungen betrifft, hatte immer die neuesten Gadgets dabei auch an Bord und hat die versucht zu nutzen, bestmöglich. Also eins ist klar, Volker ist ein extrem innovativer Mensch gewesen. Und ich war ziemlich überrascht, dass er sich nun plötzlich in unserem Feld getummelt hat mit MCT und wie gesagt eine erste Software angeboten hat für Kanzleiverwaltung. Und das war anfangs natürlich wirklich ein absolutes Novum, weil Juristen sind wahrscheinlich auch ein bisschen konservativer, aber wir waren im Computerzeitalter, wenn man so will, überhaupt noch nicht angekommen. Wir hatten zwar vielleicht E-Mail, aber auch nicht viel mehr. Und insofern war das interessant für uns. Er hat uns bei allen dann zugemäßigen Programmen als Versuchskaninchen benutzt. Das heißt, wir hatten alle Programme eigentlich gleich von Anfang an und haben die auch angewendet und haben uns dann ausgetauscht über die Ergebnisse. Also insofern ja, ich bin wahrscheinlich einer der ältesten Lecare-Kunden. Ja, so cool. Ja, wir hatten ja den 90ern auch für Fantasy den Marketing-Slogan, wofür braucht der Anwalt eine Maus? Du wusstest wahrscheinlich genau wieso und wofür, aber ich glaube viele andere damals eben noch nicht. Aber das war auch nicht schlimm, weil in 96 haben wir es ja dann an die Date verkauft, das Fantasy-Produkt, und haben uns dann ja hauptsächlich, sage ich mal, in die Welt der Unternehmensjuristen weiterentwickelt. Aber wir sind ganz froh, mit euch bearbeiten wir weiterhin immer noch zusammen. Ich kann wirklich sagen, wir sind reumütig zu Fantasy zurückgekehrt. Wir waren ja mal ganz kurz bei, oder nicht mal kurz, sondern eine Weile bei DATEV und haben dann eben festgestellt, dass das, was wir brauchen für unsere Anwendung, dort ein bisschen zu kompliziert ist. Und eigentlich das, was ein Anwaltsprogramm können muss, nämlich schnell Ergebnisse liefern, weil wir immer unter Zeitdruck sind. Und die Computer-Software soll uns ja helfen, schneller und besser und effizienter zu werden und nicht eigene Probleme kreieren. Das hat da nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Also wir sind zu Fantasy schon jetzt seit vielen Jahren wieder zurückgekehrt und sind nach wie vor sehr zufrieden und auch bereit und willens und werden das gerne unterstützen, die auch immer weiterzuentwickeln. Zu unserem eigenen Nutzen natürlich. Ja, das freut uns natürlich auch super. Bei Lika haben wir uns natürlich jetzt ein bisschen spezialisiert in die Unternehmenswelt, aber ich würde sagen, gerade eure Art von Kanzlei passt da eben noch sehr gut rein. Reines Vertragsrecht. Ja, genau. Und dadurch, das sind eben die klassischen Themen, die unsere Unternehmensjuristen ja auch am Ende behandeln. Von daher wahnsinnig schön sozusagen, dass wir eine so lange nicht nur private freundschaftliche Beziehung haben, sondern eben auch geschäftlich durch meinen Vater, der schon echt früh unterwegs war. Ja, und es ist einfach, glaube ich, immer vielleicht auch ein toller Austausch gewesen für ihn, mit dir direkt vielleicht auch mal das ehrliche Feedback zu hören, was jetzt noch nicht so ganz reif ist, was vielleicht noch mal zurück in die Entwicklung muss. Ich durfte mir von ihm anhören, dass Juristen grundsätzlich schwierige Kunden sind, aber das brauchte er mir gar nicht erst zu erzählen. Das konnte ich mir auch selber vorstellen. Ich kenne ja unsere Kollegen und kann mir vorstellen, dass das kein ganz einfacher Markt ist. Das sind sich sehr anspruchsvolle Kunden mit anspruchsvollen Wünschen. Also insofern konnten wir uns da wunderbar wechselseitig austauschen. Ja, am besten beim Segeln meistens. Am besten beim Segeln. Auf neutralen Boden. Oder eben eher auf dem Wasser, auf dem neutralen Wasser. Ja, Wahnsinn. Ja, wir schauen natürlich auch immer genau, was du auch sagst, dass wir unsere Lösung so entwickeln, dass ihr den meisten Nutzen habt und so wenig Aufwand wie möglich. Und da wir natürlich jetzt auch schon seit 37 Jahren das hier versuchen, gibt es aber immer wieder natürlich auch Entwicklungspotenzial. Und da schauen wir immer, was gibt es Neues? Ja, und wie kann man die existierende Lösung verbessern? Aber wie müssen die sich auch an euch anpassen, an die Juristen? Wie verändert sich denn euer Alltag? Hast du da so ein paar Impulse vielleicht noch so zum Abschluss, wo du sagst, Mensch ja, also die juristische Welt hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren in der Form schon reichlich verändert. Natürlich die Digitalisierung insofern hat ja massiv zugenommen. Aber es gibt ja jetzt ja auch die spannenden Themen wie künstliche Intelligenz im juristischen Alltag. Hast du da eine Vorstellung, wie sich das vielleicht auch auf euer Geschäft auswirken kann? Gerade bei so komplexen Verträgen international? Ja, also eins scheint mir klar zu sein, dass immer mehr Mandanten erwarten, dass wir mit ihnen gemeinsam Legal Tech-Lösungen erarbeiten. Also dass wir da mitdenken, dass wir, wenn es Lösungen am Markt gibt, dass wir die auch mit einbeziehen. Am Ende, gut, wir sind eure Kunden, aber unsere Kunden erwarten von uns eben auch ein effizientes Arbeiten und ein zielgerichtetes und da kann Legal Tech natürlich enorm helfen. Da ist es sicherlich noch ein ziemlich langer Weg. Das sind im Moment ja natürlich hauptsächlich Individuallösungen. Es sei denn, man hat Mahngeschäft oder eben Vollstreckung oder bestimmte andere spezielle Bereiche. Aber im reinen Vertragsrecht wird es ja dann mit Sicherheit auf Vertragsdatenbanken hinauslaufen, die man entsprechend gut abrufen kann. Das macht jetzt jede Kanzlei sicherlich für sich irgendwie auch, aber nicht besonders strukturiert und effizient, soweit ich das beurteilen kann. Aber die Anforderungen kommen dort ganz klar. Denn auch bei uns sind ja einige Themen, die immer wiederkehren und die immer wieder bestimmte Lösungen erfordern. Und warum soll man das nicht im Prinzip schon digital vorbereiten und vorhalten? Absolut. Ja, ich glaube, da gibt es viele spannende Dinge am Horizont. Wir sitzen ja in einem Boot und wir beobachten es natürlich auch total gespannt. Es gibt viele kleine Lösungen, wie du auch sagst, eher so für Spezialfälle schon, würde ich sagen. Und je nachdem, in welchem Bereich man sich auch auffällt. Aber ich glaube, gerade Dinge, die, sage ich mal, Large Language Models mit künstlicher Intelligenz einsetzen werden, da wird, glaube ich, auch im Vertragsbereich noch viel Potenzial gehoben werden können. Was eben auch, wie du schon sagst, dieses manuelle, repetitive, jetzt nicht wirklich spannende, sondern eher mühsame, auch erleichtern wird. Sodass man dann den Kopf frei hat für die wirklich kniffligen Verträge, die du ja täglich knüpfst sozusagen. Also wir bleiben gespannt. Wir bei Leaker gucken uns natürlich das aktiv an und binden aktiv gerade auch schon verschiedene Partner mit ein. Sodass ihr als Mandanten davon und als Kunden, ihr seid ja nicht die Mandanten, sondern die Kunden, davon auch so weit wie möglich profitieren könnt. Ja, Mensch, Haro, vielen, vielen Dank für diese unglaublichen Einblicke. Ich glaube, die meisten unserer Zuhörer wissen gar nicht, was sich hinter so einer Filmproduktion vom wirklichen Anfang bis zum Ende eigentlich verbirgt, bis man dann auf der Bühne mit den Oscars steht. Also gigantisch, was ihr tagtäglich hier leistet. Wir freuen uns wahnsinnig über unsere Zusammenarbeit und sind immer ganz freudig, neue Impulse von euch auch zu bekommen, wie wir euch weiter unterstützen können. Von daher würde ich erst mal sagen, euch weiterhin ganz viel Erfolg mit den Produktionen. Für alle die, die jetzt richtig neugierig geworden sind, was von HWF eigentlich noch alles so macht, kann ich dringend die Website empfehlen. Und zwar seht ihr da alle die verschiedenen Produktionen, die jetzt in letzter und jüngster Zeit auch gerade sozusagen gemeinsam vorangebracht werden. Und es sind ganz bekannte Dinge dabei. Also schaut es euch an und natürlich dann direkt auch die Serien und die Filme anschauen. Da ist wirklich eine Riesenauswahl. Harro, vielen, vielen Dank. Und bis ganz bald. Hoffen wir, dich natürlich auch auf unserem Community-Event wiederzusehen. Danke und tschüss, Zoe. Danke. Bis zum nächsten Mal beim Leaker-Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leaker.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom Leaker-Podcast. Stay tuned.